Hey Leute, ich bin's wieder, Fab, und wie beim letzten Mal habe ich für euch die schönsten Trikots rausgesucht. Also, nehmt euch ein bisschen Zeit, legt die Beine hoch und fokussiert euch auf pure Qualität. Das ist Teil 2 der schönsten Trikots Saison 2017-2018. Wir fangen in der Bundesliga an, wo ich mit meiner Hipster-Wahl vielleicht ein bisschen überrasche. Die TSG Hoffenheim hat ein neues Heimtrikot, mit dem sie zum ersten Mal in Europa spielt. Unser Stoff zum Träumen steht auf der Webseite. Und da kann man nur zustimmen. Der Übergang vom hellen Blau zum dunklen Blau mit den weißen Applications, traumhaft. Da schaut man nicht nur einmal hin. Der nächste Verein spielt auch in der Bundesliga. Eintracht Frankfurt hat mit dem Auswärtstrikot ein sehr schlichtes Design ausgesucht. Schwarz, Rot und weiße Applications. Man erkennt kaum, dass es auch einer dieser Nike-Template-Trikots ist. Schwarz geht eigentlich immer. Das kann man auf dem Platz tragen oder zu Hause oder in einer Bar oder im Club. Sehr schön. In der Championship hat Derby County gezeigt, dass ein Trikotsponsor auch zum Trikot passen kann. Weiß, schwarz, klassisch. Perfekt. Super Arbeit, Jungs. Wir bleiben im englischen Fußball, gehen aber rüber nach Wales, wo Swansea City in einem patriotischen Rot-, Grün- und Weißen Trikot aufläuft, mit dem sie ihr Heimatland in der Premier League stolz vertreten. Homer beweist mit einem Kragen, der dauerhaft hochgeschlagen ist, à la Cantona, seine Künste als Ausrüster. Leeds United hat ein neues Heimtrikot. Enger kann es kaum geschnitten sein. Trotzdem haben wir uns in das Design verliebt. Weiß mit goldenen Applications. Wer kann da Nein sagen? Hoffentlich ist die Fernversion nicht so eng. Ich mache ab und zu Sport, passe aber wohl in das Trikot nicht rein. So, das waren die ersten fünf. Die nächsten sind aber noch besser. Also bleibt dran und wie immer, abonniert unseren Kanal. Im ersten Teil hatten wir zwei italienische Clubs. In diesem aber nur ein. Lazios Ausweistrikot. Erkennt ihr das Design? Ja, genau. Argentiniens blau-weiße Streifen dienen als die Inspiration hinter dem Design. Außerdem schafft es Lazio mit einem gestreifen Design 99-2000 ins Achtelfinale der Champions League. Die Fans freuen sich auch. Das nächste Trikot wäre, wenn es nicht unsere Top 3 gäbe, locker das Schönste der kommenden Saison. Hebernian hat ein neues Auswärtstrikot. Und, mhm, perfekt. Macron setzt auf ein komplett schwarzes Design mit einem weiß-grünen Streifen. Très bien, Macron. Saint-Étienne's Ausweistrikot hat fast alles. Ein schlichtes, schwarzes Design. Goldene Applications, die fast königlich wirken. Wer will da mehr? Mh, perfekt. Das Hipstrikot war kaum zu überbieten. Doch diese Ausrüster und der Club haben es beide geschafft. Ombro hat für den ersten FC Nürnberg ein geiles Heimtrikot entworfen. Dunkelrot, graue Ärmel und weiße Applications. Mit diesem Trikot schafft es der Club vielleicht wieder in die erste Liga. Und jetzt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Das schönste Trikot gehört... West Ham United. Und der Ausrüster? Genau, wieder einmal Ombro. Die Farben haben sich wenig geändert. Hellblaue Ärmel und das klassische Weinrot. Für uns unschlagbar. Wie man so ein Design immer wieder verbessern kann, da muss man wohl West Ham fragen. Okay Leute, das war's für heute. Gibt's ein Bestens-Trikot? Ich glaube nicht, aber wenn ihr meint, dass ihr ein Schöneres findet, schreibt mir unten einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Fertig.